Heyo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, es nennt sich Anno 2070 oder 2070, ist mir eigentlich egal, Wayne, also Wayne interessiert es. Ja, Anno 2070 habe ich mir jetzt mal, nein nicht ich, sondern nur hat es mir gekauft und ja, Curry wollte, habe ich eingeladen, Curry wollte dieses Spiel unbedingt spielen, habe ich gedacht, ja, er hat sicher für mich extra Saints Row, genau, für mich extra Saints Row gekauft, ne, und dachte ich mir, kaufe ich mal für, ähm, den hier also Anno, dass ich mit ihm spielen kann. Ja, nur leider ist Curry leider verhindert. Nein, Curry, bereite dich, wollte ich gerade sagen, ähm, stell dich mal vor. Kleiner Wechsel. Ja, vielleicht, vielleicht kenne ich ja manchmal nicht. Wer mich nicht kennt, hat was verpennt, ey, fände ich. Also, voll nicht eingebildet und so, ähm. Äh, wie lange wollten wir heute? Zwei Stunden, ne, also eine Stunde ich, zwei Stunden du? Äh, eine Stunde. Von mir aus, können wir auch so, so mal. Also, ich nehme eine Stunde auf, die zwei Stunden. Ja, wir sollten aber versuchen, ja, du könntest auch das Spiel starten, ne? Ja, was ich jetzt aber noch mindestens erwähnen wollte, ist, dass wir mit verschiedenen Fraktionen an Anteilen spielen. Du spielst mit Global Trust und ich die in, äh. Also, er spielt die Ökos, ich spiele die Fukushima-Leute, also ich Umweltverschmutzung, er Öko, also wir spielen auch leicht, also keine Piraten, weil wir versuchen, das endlos zu halten. Und, Keto, Kira ist auch nicht dabei. Das ist das Name, Wendem Special. Ja, Keto, Kira ist nicht so nett, nett zu uns. Ja, das ist eher so. Weißt du, was ich jetzt gerade lustig fand, ne? Ich wollte gerade Fraktionsauswahl zeigen, welche Fraktionen es gibt und wie sie heißen. Bis mir dann aufgefallen ist, ich nehme ja gar nicht auf. Ja, warte, es gibt einmal In-In-In-In-In-Initiative. In-Initiative. Ja, genau, das wollte ich auch sagen, aber absichtlich falsch gesagt, damit er es richtig ausrechen kann. Und Global Trust. Ja, Dankeschön. Okay, ich starte jetzt mal. Okay. Man kann nicht so oder so im Laufe des Spiels auch die andere Fraktion kaufen. Das habe ich beim letzten Mal gemerkt. Verbindung konnte nicht aufgebaut sein. Tipps, der Problem. Ja, was ist denn... So, wieder da. Äh, wääh? Oh, Kai. Ne, ich... Du musst mich nochmal einladen. Ja, ich bin im Ladebalken. Ich hänge fest. Ganz tief. Ah, jetzt ist es raus. Einmal auf Desktop und dann geht's. Ehm, einen Moment. Ich muss kurz ganzes... Ganze Einstellung nochmal neu machen. Das waren so viele epische Einstellungen. Oh, oh, oh. Ähm, Freund einladen. Ich lade das da ein. I. Annehmen. Hättest du gemacht, so... Keine Leute, die schlüssige P heißen, dürfen da mal mitspielen? Ja, mindestens. Ich komm da nicht... Alle, die ein kleines P im Namen haben, dürfen nicht mitspielen. So, Wichser. Ja, ich komm da irgendwie nicht rein, ne? Also... Let's spin it. Also, bei mir ist da so ein komisches Gedrehe. Warte, ich kann nicht mal wieder auf die raus schmeißen, aber ich lade dich nochmal ein. Annehmen und dann... Ja, gleich auf dem Bildschirm hängen. Warte, ich bleibe eine kurze Aufnahme. Oh, wow, meine Zähne jetzt ist das so wehtun. Ich glaub, ich hab sie mir heute Morgen beim Aufstehen gestoßen, ey. So voll mit der Muschi an der Kante. Kurz gucken. Tatsache, ich hab mir die ganze Haut aufgeschlagen. Mission starten. Oh, Süssik ist bereit. Bereit auf dich. So. Heyo, Leute. Willkommen zu... Let's play... Anno20. Warum hab ich keinen Ton? Ha, ha, ha. Ey, hört so ne Witz, äh. Das find ich nicht so witzig. Hört so ne Witze, find ich nicht so witzig. Ach, Halt's mal, Alter. Ich hörste noch, wa? Ja, ja, ja. Wieso fällt immer nur der schöne Tod? So. Hurensohn. Danke. Gleichfalls. Und dafür hab ich studiert. Verdammter Mist. Na, dafür hast du studiert, Digga. Dafür hast du studiert. Ja, gut. Ich hab Ton. Ähm, ja. Hä, was sagst du für ein Bullshit, Alter? Ja, ich hab wieder Ton, du Wichser, Mann. Was willst du, Alter? Ja, du wichst. Mir ein Keulen, wenn ich schon ein Wichser bin, dann muss das aber auch richtig sein hier. Alter, du kleiner Wichser. Sag, fahren wir jetzt hier mal schon mal hier, 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 das Dorf. Kann ich irgendwie blinken oder so, damit du das dann siehst? Weil da schwimmt ganz viel Treibger, von was ich aufsammeln muss, wegen Quests und so. Weißt du schon Bescheid, Alter? Da machst du dann schon eine Quest, Alter. Weil Rassenquests und so. Rassenquest? Ja, du hast ja so bestimmte Quests an den für Global Trust Eden oder so. Damit du halt, äh, mehr Punkte für dich kriegst. Damit du heißlich bist. Jetzt, jetzt, das bin ich sowieso. Baumöglichkeiten erweitern. Deswegen muss ich nix annehmen. Ich mein, hallo. Hi. Ich mein, geht's noch? Nee. Junge. Was ist denn los? Der, was wird denn los? Dein Popo ist in meinem Gesicht. Dein Popo? Was? Ich hab dir jetzt nicht zugehört. Er hat nur noch das Wort Popo verstanden. Wird sofort wuschig. Du nicht? Ich bin immer wuschig. Das ist Schanderstückstand bei mir. Achso. Wuschiger Curry oder was? Ja. Was ist denn Kommandoschiff, Alter? Wodafuck ist Kommandoschiff? Yves hatte, bitte gehen Sie an Bord. Wieso hab ich jetzt schon Kommandoschiff? Kommandoschiff, stark. Das ist auch nicht. Wieso blinken die jetzt da extra an meinen Dings? Ja, hab ich denn... Ja, dann gib mir... Boah, laber nicht so viel! Jesus? Jesus! Was willst du von mir? Ich bin nicht Jesus, ich bin Afghana. Ich bin auch kein Afghana, du Türke. Alter, du kleiner Bastard. Ja, wo baue ich denn hier mein Dorf hin? Also mein... Du kriegst träge Energieknappheit. Ja, ich hab fünf Energie, Digga. Fünf Energie. Was willst du machen, Mann? Ja, ich hab normalerweise ein Minus zwei. Alter. Ich kann's halt. Wie soll das gehen? Ähm, wo ist denn jetzt mein Kommandoschiff? Alter. Gut, dann soll ich jetzt mal diese Treibgutdinger da auf dir hier vorne wohl lang. Wo bist du jetzt eigentlich? Du bist da der kleine Hässelchen, ne? Deine Mutter. Ja, was ist denn? Deine Mutter, Alter. Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen und der beleidigt mich. Ich füge jetzt verzichtigt auf das Kompliment. Na, komm, sag jetzt dir an. Ich hab Geburtstag, ja? Ja. Und deshalb darfst du mich jetzt beleidigen? Ja, genau. Das heißt es. Naja, ausnahmsweise darfst du mich beleidigen. So. Das ist aber keine Komplimente mehr. Doch. Du hast physische Komplimente oder Beleidigungen. Nee, das hast du ja nicht gesagt, Mann. Nein, ich hab's aber gedacht, du, das reicht. Ja, wo ist echt denn? Hallo? Hi. Wo ist echt denn, was du denkst, Alter? Junge, wenn du das noch nicht weißt, Alter, dann müssen wir uns echt nochmal das mit der Beziehung überlegen, ey. Alter, du kleiner Wasser. Man denkt nicht wirklich so, wie so zusammen. Ja, und? Du kleiner Spacko, Alter. Ich will jetzt auch noch leugnen, Alter. Ich krieg zu viel. Wer will was leugnen, Digga? Wer will was leugnen? Du, unsere Beziehung. Ich will gar nichts leugnen, Mann. Ich will nichts leugnen. Ich will die Musik nicht leiser machen. Boo. Was für Boo, Alter? Was für Boo? Eine kurze Pause, Pilar. Ja, was für die kurze Pause? Die labert mich jetzt schon voll, Alter. Bist du schon so ein kleiner Penislutscher, ne? Bestätigt, ja. Bist auch schon so ein kleiner Penislutscher. Bestätigt! Nein, ich hab mit Eve geredet. Ja, ja. Scheiße. Bist schon so ein kleiner Penislutscher. Bestätigt! Bist auch schon so ein kleiner Penislutscher. Bist auch schon so ein kleiner Penislutscher. Oh, fucking shit. Ich sollte vielleicht öfter mal zuhören bei dir. Ja, vielleicht nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein Dings auch schon ein, oder was war mal passiert? Sands Row, das ich nicht so gehört habe und mich dadurch selbst beleidigt. Ja, was verdammt. Das streite ich ja nicht ab. Ja, ich auch nicht. Ach, schau. Ja, was denn? Du bist ein schruder Vogel, Alter. Egal, Ökosystem, ne. Minus 24, Digga, was los? Was, minus 24? Ja, Ökosystem. Ja, euch gibt's prima. Das ist, wenn's euch prima geht, Mann. Wenn ich euch nicht ins Verdärm reiße hier. Sag alles gut. Plus neu, Alter, plus neu. Schafft nicht jeder. Ich hab minus. Äh, irgendwie krieg ich hier, jetzt krieg ich endlich mal Bauszellen, Alter. Ey, die sind zu faust und produzieren die Fettfische hier. Oh, was machen die denn? Die produziert einen und die ist sofort wieder weg? Ey, frest ihr die Scheiße oder was geht da ab? Die hängt jetzt so in der Pause. Leute, wir holen uns mal die Bauszellen rein, ne? Ist doch nicht normal, dass die Dinger sofort wieder weg sind. Ja, siehst du ja, Mann. Siehst du. Bei mir, äh, ich sag mal so, bei mir ist das auch nicht so schön, Alter. Der Anfang ist immer sehr schwer, find ich. Was ist denn mein Chef? Ja. Chefi, du... Guck mal in deinem schwarzen Loch, da dreht er sich öfter rum. Ach, mein schwarzes Loch, Alter. Bück dich mal, ich sag's dir. Du Bastard, Alter. Wieder voll am Rasten, Mist, ey. Er rostet, nicht er rastet. Wer rastet, der rostet, ne? Könnt ihr mal meine scheiß Dinger da beliefern, Alter, ey? Könntest du machen, aber... Ja, ich kann's leider nicht, das sollten die ja machen. Hier bleiben keine Wünsche auf, ich weiß, Digga, ich weiß, was los muss mit dir. X-Mas Edition und X-Mas. Diese Hummer-Dinger, ich weiß auch nicht, wie man die bekommt, weißt du das? Draufscheißen. Ja, drauf kann, kommt die raus, die mit der Hand oder so. Ja, also ich hab das immer so bis jetzt gemacht. Ja, dann bist du nicht. Ja, toll, Alter. Das stimmt, ich bin Gott. Was, ich will doch nicht... Ja, Leute, Steuerhöhung ist... Störung ist... Ja, ja, sorry, sorry, so. Digga, sorry, sorry. Ey, wie dumm das aussieht, ich hab jetzt einfach überviele Straßen an diese Scheiße dran gebaut, damit das dann mal in Pütte kommt. Alter, wenn die brauchen da irgendwie kalten. Das sieht ja sehr schön aus. Ökosystem, Digga, ich sag nur Ökosystem. Kann ich das bei dir... Ich kann das gar nicht bei dir sehen, denn Ökos... Ach ja, weil ich da noch keine... Weil ich da kein Konto hab. Hä? Das noch hast du jetzt nicht gehört. Du... 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 Ich bin doch nicht mehr in der Nähe, du Vogel! Du Vogel, Alter, da fährst nur eine Strecke, ja? Du kleiner Arsch. Ich fauke gleich eine Strecke. Ich fauke gleich eine Strecke. Ich fauke gleich eine Strecke, ja? Na ja, mein Motiv ist zwei. Ja, da guckst du jetzt blöd, ey, ja, 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 jetzt hab ich mich voll geflaxt, Hahaha, was du labberst, alter? Ich labber dein dünnisches Bier. Dün... Was ist denn dünnisches Bier? Was, dünnisches Bier? Hast du grad gesagt. Dönisches! Was ist denn dünnisches, alter? Tja... dich doch nicht. Wammam lanteste? Ist doch deins. Alter, halt. Halt! Du Afghane, halt. Alter, wie du für die Afghanen beleidigt Lincoln. Ein... Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit Huuuuu衝 Negative Umwelt... ...Bfruchtung Negative Umweltbefruchtung Haahahahahahahahaha ja, Alter... Ja, Alter... Was die labert, ey, so'n negative Umweltbefruchtung! Tschüss, am Wald liegst du den Baum an, Alter, und der Baum fangt damit voll! Das ist auch schon so'n Arschlau, ne? Ja, super, jetzt kann ich ihn nicht bauen, weil ich keine Bauzellen hab. Ja, hätte ich jetzt auch... Negative Umweltbefruchtung... Nee, ich schwör's dir, Alter... Oh, ich riech' zu viel! Echt, die negative Umweltbefruchtung... Hat die gesagt, Mann! Ja, 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 befruchte du deine Umwelt... Befruchte du deine Umwelt, ja... Nehmt ihr eigentlich Mr. Wilson, Alter? Nein, ich kenn' dich noch nicht... Kann ich jetzt eigentlich von hier aus schon wieder diesen nächsten Auftrag annehmen? Wenn ja... Ich weiß das nicht, Digga, ich weiß das nicht... Was weißt du eigentlich? Gar nichts, was erlangst du? Äh, das ist eine Verlangerung hier! Warte mal da, Tagesgeschehen! Könnte ich echt machen! Laut Information handelt es sich hierbei um die Überreste einer Neuart der Waffe zu sehen von Global Trust. Wenn diese Konzern sich schon wieder nicht die Schwachvertreter oder Senator halten sollten, haben wir endlich... Okay... Ähm... Fünf Kisten Treibgut Bär, okay... Wie nimmst du eine Mission an, du Aufer? Äh... Du musst... Escape machen? Du musst den Escape legen... Was ist denn Escape? ESC... Die... Die... Blinkstaste... Blinkstaste... Blinkstaste der Tastatur... Escape ist der Wegdrucktaste, oder? Ne... Okay... Was hast du denn das? Ich hab die... Ich hab... Ich hab diese... ...löschtaste... Scheiße... Jetzt hör ich mir schon Sachen an, Alter, ich hör mir Sachen an... Ich glaub... Ich glaub's nicht... Ja, super, ich will mir den Bildschirm nicht angucken... Ja, ja... Sehr schön... Ja, muss mir jetzt die ganze Zeit zum Bildschirm angucken... Wie? Du kannst immer so Global Trust bei, ähm... Tagesgeschehen... Du musst jetzt einen auswählen, wie du davon haben möchtest... Ja, da... Kann ich mir nix auswählen, Mann... Was für auswählen, Digga... Also ich kann mir jetzt auch nix mehr auswählen, weil ich meinen Tag so schnell erledigt habe... Wette, wette, du hast mir alles weggenommen... Ich seh schon komm, ich seh schon komm, du hast mir alles weggenommen... Ja, sowieso... So, ich kann endlich eine... Was für Riverside... Ich kann endlich die Konzerthalle bauen... Jetzt brauchen die aber, glaub ich, noch Tee, oder? Alter, er schummelt ja auch, er hat ja schon ein übelstes Level hier... Der kleine Homo... Wer? Du! Kommunikationssysteme online... Richtig... Ich hab dir in der Wasserstadt von dem Penale gefunden, wo wir U-Boote kaufen können... Genau über meiner Insel... Wirklich? Ne... War gelogen... Warum liegst du mich an, Mann? Weil ich's kann... Ne, weil du an... Schwack bist, Alter... Sag dich doch! Hä? Was fühlst du von mir? Döner? Ne, danke, Herr Schoen... Selbst schuld... Ne, du hast selber schuld... Ne, ich hab sie dir angeboten... Ne... Mit der Seite... Ah, wie die Typen labern... Ist das nicht herrlich hier... Ihr sollt nicht labern, ihr sollt draufsteigen, ihr Pisser... Ja... Ja...